Willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mit Tim auf Kornemal. Wir machen jetzt eine Reihe, wo wir die ganzen Spiele einfach mal durchzocken. Halt alles mal hier durch, also natürlich die Lobby und die Community und halt die Premium Launcher können wir machen. Die restlichen Spiele werden wir alle zocken und heute fangen wir mit Skybox an. So, da werden wir einfach erst mal, ne eins was eins, ne, ich hab auch nicht eins was eins, ah hier, da nehme ich mir jetzt eine große Lobby, wo auch schon welche drin sind. Na dort, so. Oh, ist ein Kopfgelenk. Okay, hier geht's auch ein Standard-Kid und noch ein anderer, das glaubt nicht. Ich kurz muss jemand anderes besitzen. Ich hab außer mein eigenes, außer mein eigenes Musik-Dings hab ich gerade offen. So, und ja, Skybox. Ich weiß eben mein Wissen, wo das äh, Zeug ist. Äh, hier zum Verkau-, äh, Kaufen. Schaffe eins, das Eisenschwert. Eisenschwert müsste besser sein. Da ist ein Ei hier unten. Wie viel Kissen hast du geöffnet? Ich auch. Gern. Das ist besser, das ist besser. Brauchst du einen Kompass? Ja komm mal her, ich hab für dich noch, ich geb dir einfach mal das Zeug, was ich noch hab, was halt brauch. Aber meine beste Waffe ist nicht, da ich bin ziemlich etwas zugeworfen. Hab ich aufgenommen? Nein, hast nicht. Dann, ich will es langsam mal hochgehen, wieder, weil... Ja, 13 Diamanten. Dann, du gekauftest, ich... Ich geh schon mal hoch und baue mich nach drüben. Oh, der Typ ist, äh, gar nicht schlub. Das ist einer voll Diamond. Ich war doch schock. Tim, baue, rüstig. Ich muss gar nicht was kämpfen. Nein, ich bin tot. Ja, ich wurde geschossen mit Ange. 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 Was ist tot? Ich bin so schlecht, ja. Willkommen, glaub. Äh, ich wollte gar nicht. Ich hab doch keinen PvP erst. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. Ah, nächstes Volk. Ne kleine Runde, da oben ist ne kleine Runde. Natürlich sind wir es nahe, wir werden langsam mehr. Händler. Geil, wir können roten festigen, Dings tauschen. Äh, toll, wir haben gar kein Zeug. Hi. anie. Geil,�gleich boo. Uf. Hebben. Okay. Junge, mir fehlt immer noch Geld für mein Kit kaufen, ich kann mir selbst nicht den desbauer könnt, der was das baut, kann ich nicht, weil ich hab nichts gekauft außer Starter-Kid, du hast es auch, ich muss aber selber kocht in den Themen geben, ich würde mir das heute hier abbauen, ich bau mir hier noch eine Eisenbranche, hast du noch Sachen, die Eisen, hast du an, Leute beschützen mich, da kommen wir nicht rüber Oh, das ist mein bestes Warte, ist ziemlich verfolgen, du hast da hinten eine Schwachstelle, das ist nicht gut Der greift dich dann schräg an Junge, what the fuck Ich weiß, das ist er Ich muss mal was bei Herzen auffüllen Er traut sich nicht her Ist ja auch nichts zum Werfen Feibungen haben wir auch nicht Feinden kommen auch nicht Könnten halt uns Probier sich hochzubauen, Sim, hast du Blöcke? Ja, hab ich Dann bau dich mal wieder hinterher Ja, warte Da kommt er Warte, 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 nicht, nicht, er muss hochkommen Er kommt nicht hoch, wie ihr seht Er will nicht Post mal kurz weiter Scheiß Blockbacken, ey Bin tot Nein, du darfst noch Jetzt bist du tot Ne, du darfst noch Hey, ich bin hier irgendwo Unten Da ist erst gestorben Tim, du hast Bei mir ist es schwarz Ich kann dir nicht helfen Ich kann gar nicht helfen Du schießt in der Luft Ey, unten liegt ein Da unten liegt ein Staff Staff Äh, bessere Hose Ich kriege da keinen Schaden oder so Ich kann gar nichts machen Was passiert, wenn ich ein Steak mache? Dann wäre ich halt das alleine rufen müssen Ich kann gar nichts machen Also wenn ich jetzt noch gewinne, das wäre übe Ey, ich müsstest ja gewinnen Ich kann nichts machen, ich bin unter der Bett irgendwo Oh, mir fehlt ein Diamond Per Punkt Wirst du Oben, äh, bei uns ist noch ein Dings Ich halte noch eine Enderpearlung Und das ist auch drin Ja, ich brauche aber ein Diamond Also wenn ich jetzt reportet werde Ja, Junge, dann Könnte eigentlich nicht Wenhe hätten oder so Ich kann auch gar nicht fragen Da ist noch ein bisschen Fleisch Da ist noch ein bisschen Fleisch Geil, da ist nur noch ein bisschen Stuff drin Nicht gerne Ach, keine Freunde, ich will gar nichts machen dir auch Aber nichts ordentliches, was man brauchen könnte eigentlich Ich mache es so lange mal weiter Ich lass dich da drinnen mal kämpfen Alter Ich muss dir da mal ein Foto schicken Ich bin minus 10.000 fast Ich fällst es immer noch? Ja, ich fällst Ich habe einen Block schon abgebaut Und Wo du drauf stehst Ich Ich fällst Ich fällst Ich schieb dir da mal ein Foto Das wir da in Das Video oder Da reinmachen Oh, ich habe keine Blöcke mehr Äh, ja, einen Wahnsinn Wie kann man eigentlich, äh Bilder schicken? Also, über TS, weißt du das? Über TS kann man gar keine Bilder schicken Mhm Bei wem auch eben das Windows-Zeug losgehen Tim ist nun abwesend Tim, du wirst dich doch noch mal raus und noch mal reingehen Ich bin noch vor noch da, oder? Ja, du, geh einfach mal raus Ist nun nicht mehr abwesend Ah, jetzt bin ich wieder da Ja, nach einer reinen Reise Du gehst Jogi, das ist einfach eingekillt Jogi, du bist der King Alter Das könnte ich dir deinem Schuh machen Wo bist du denn? Jetzt bin ich schon den Weg auch weitergelaufen Hier hinten, na, hinter dir Ich bin den anderen Weg langgelaufen Hall Ich bin da drüben, Hall Muss ich dann mal deinen Aufnummern schon Ich bin da drüben, Herr Christa Ich bin da drüben, Herr Christa Oh, ist noch nicht, Christa Hallo, äh, brauchst du noch mal diamonds? Ich kann ja diamonds-Schuhe machen muss auch was in heim kann ich nicht mal kann wo schuhe machen da reicht es noch dann mache ich mal der schuhe und team kann ich auch noch ein eisen geben hier schuhe und ein eisenhelmen wo ist ein eisenhelmen dann habe ich das noch was du verbessern könntest da kommt einer voll mit diamond ja verzaubert sein team wird auch noch welcher platz und danke dass die waren vorletzten oder was der wir waren vorletzten nice gut runter gleich starten tc färs ah ich hab nen dingse ah nein oh dann was wollen wir äh als nächstes spiel das war's nein ich tue erstmal hier ich tue jetzt einfach hier ein stück spiel ach so ich spiel jetzt ein stück hier wir spiel jetzt mal noch die runde und noch eine haben wir vier und dann gucke ich einfach mal ob wir noch eine runde spielen drei ne ja drei ja mach mal vier und dann ist alles gut vier ok so ansatz dritter runde ne ist unsere dritte runde jetzt schon ja ne so ach was wird und das ist nichts ich bin hier kurz ins loch eingefallen äh ich komm schon mal raus wisst ihr mal tim kommst doch raus lass mir was übrig ich dieser werden wir nicht kämpfen werden gleich in die mitte starten schnapp dir zeug ok ich hab 10 diamanten der ulam kofte dir was was du brauchen konntest das das du doch so hat auch noch wetscher ich habe was ein dämon schalte machen schon mal nicht so viel das schmelzen das macht ihr mal macht ihr einfach mal wirst du so gemacht geil ich bräuchte noch eine rote ich bräuchte noch eine rote tolle hey habe ich ja ich bräuchte noch nein ich muss noch ich kann dir welche geben ich habe welche übrig ich eine und dann los geht's ach ne es fehlt mir auch ein paar es fehlt mir genug hast du steine oder sowas zum bauen steine? nö oder andere blöcke zum bauen? nö toll ah das reicht bis zuerst nicht so äh 3 diamonds ja ich brauch nur 2 gegen meine Welt bitte hast du noch eine Hose? wo bist denn du? hier ja hast du noch eine Hose? ach ne die kauft mich schon jetzt er hat schon gut gekämpft ich muss halt mich ausrüsten plöcke da habe ich schon was ein stick plöcke essen da kommt wercher da kommt einer der rückstoß aller übelsten heftig rückstoß gab oh ja ein geist war keine so gute runde das ist noch die letzte runde ich weiß rück rück und von mir und ganz schön ja das war auch womit du dazu sagen willst du denn das fast jeden tag ja du kannst habe ich denn es sind vier teams plus was sind die team es gibt hier plus vier teams mehr nicht wegen das die tun halt auch sehr schnell war ja wir müssen auf wir dürfen eigentlich gar nicht erst kraften müssen und werden ganz schnell bloß hm stimmt und Afrika geht los die die ak die kaffee der die 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 das die 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 das wird auch zu lange ich kann immer ganz los Dann mache ich mal noch einen Helm. Und was ist drin? Schussplatte. Ne, es nützt mir das nix. Eine Hose. Gibt es auch keine bessere. Habe ich schon. Komm. Ja, das ist... What the fuck, hast du gesehen? Eine kommt. Der Schneeball. Ja, danke. Ich hab's aber auch später ausgesehen. Ich hab' einen Goldafel. Ich hab' einen Goldafel. Ja, jetzt kann die zu mir. Ich kann die nicht mal anschlagen. Egal. Schlecht. Huch. Dann mal noch eine Runde. Eifel zur Trost. Runde. Das ist dann mal eine große Runde. Ne. Silvester. Silvester. Nein, natürlich brauchst du da wieder einen Premium-Rang. Oh, toll. Warum? Wir sind ja Meilen. Dann gehe ich da rein. Und... Jo... Aki. Und... Ich hab' immer noch genug Geld, um ein Kit zu kaufen. Es sind... Es sind... Es sind 12 Teams, ja Tim. Hm? Es sind 12 Teams. Ja. Nein, das... Das ist ja... Die tun sich ja gegenseitig viel schneller. Als in der letzten Runde. Da müssten... Mussten ja immer... Da wurden ja ganz schnell gewascht. Weil da... Wo es ein paar Leute gaben, nicht so viel wie jetzt. Was sich gegenseitig bekämpfen. Hm. Das musst du auch bedenken. Ja. Stimmt. Ja... Patsch. Oh, ja, bad. A bad girl. Oh, natürlich schaff's viel nicht. Das. Und ganz schnell die Kisten. Looten. Hallo, nimmst du mein Zeug raus. Er muss noch... Ah, goldene Apfel. Ha. Kurz hier fangen wir eine Kuh. Eine Kuh? Eine Kuh, ja, eine Kuh. oben ist auch nix mehr ich hab scheiß sachen geworfen besser schuhe oder eigentlich auch schuhe schnell gehen runter ich hab gar kein essen ich hab essen besser wo ist noch nein komm einfach hoch los bau dich ich hab baum jetzt hab ich ganz wenig wo lang da kommt ja schon welche nicht erst nicht hinbauen mach ich auch nicht wenn bloß hochbauen ach keine ahnung nein nein oh god hoppe was fanden die alle was doch echt wagen wir euch auch nicht wie sie so schnell über so pico zum bekommen wir sind übrigens seitdem sind rutsch ich mache hoch und dann muss sagen ciao bis zum nächsten mal und tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.